Heute Abend 18 Uhr Livestream, es ist super heiß hier im Ufo, bitte kommt vorbei, ich muss Miete zahlen. Heute Abend 18 Uhr Livestream, danke, viel Spaß beim Video, lasst einen Daumen hoch da und abonnieren ist kostenlos. Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video mit dabei ist meine liebe Schmöckerle. Was geht? Ja moin, Dinger, alles gut bei dir? Ja, bei dir? Alles super, Alter. Alles, alles super. Leute, ich bin heute mal wieder auf Reddit unterwegs gewesen. Falls irgendein Kanal, der den ganzen Tag auf Reddit hängt, 90% aller Fortnite-Kanäle weltweit, dieses Video vielleicht vor mir hochladen. Möchte ich jetzt nicht wieder meinen Kommentar lesen. Ey, der ist aber geklaut. Nein Leute, de facto waren wir die Ersten, die es geklaut haben, nur wir waren die Ersten, die es hochgeladen haben. Wieso gehen wir eigentlich nach Paradise Pomp? Du hast, du hast, ey. Ich weiß nicht, Alter, ich hab einfach einen Marker gesetzt, ist ja auch egal. Leute, Schmocki und ich haben gerade drüber diskutiert, ist das überhaupt Video worthy und ganz ehrlich, ich glaube, es ist schon. Denn, es gibt einen kleinen Trick, mit dem man sich wohl sehr viel schneller bewegen kann. Wir werden hier oben gleich einen Timer haben. Ich werde auch mit dem Handy ein bisschen stoppen. Und wir werden einfach mal ein bisschen ausprobieren, ob das denn noch wirklich so viel Zeit spart, wie es tatsächlich da in diesem kleinen Clip zu sehen ist. Ich würde sagen, ich zeige euch erst mal ganz kurz diesen kleinen Clip und dann könnt ihr euch ja mal selber ein Bild davon machen. Ihr habt es gerade gesehen, Leute. Es geht quasi darum, dass man Treppen setzt und in einer bestimmten Sprungbewegung sich damit eine Menge Zeit erspart. Und ich würde sagen, Schmocki, wir machen uns erst mal hier eine ganz kurze Teststrecke hier. Wir haben hier wunderbare Linien auf der Straße. Komm mal her zu mir hier. Oida, vielleicht sollte ich mal den Sound ein bisschen leiser machen. Ganz schön laut hier, Alter. Genau, das hier ist quasi unsere Strecke, Leute. Wir haben jetzt hier zwar keine, ja, die Linie ist hier ein bisschen desorientierend. Und dann, meine Freunde, können wir auch quasi direkt schon loslegen und auch mal schauen, ob wir das Ganze dann tatsächlich ingame nutzen können. Wir werden natürlich jetzt erstmal ausprobieren hier im Spielwiesenmodus, ob das überhaupt so sinnvoll ist, das Ding einzusetzen, ob das überhaupt einen Anwendungsbereich findet. Wenn es das tatsächlich tut, dann werden wir das Ganze natürlich auch mal ingame ausprobieren. Ich schaue mir jetzt mal ganz kurz an, wie der Typ das hier gemacht hat. Boah, ich hab, boah, oh mein Gott, ist ja übel krass. Was denn? Hast du es raus? Ja, das ist total broken. Hast du es raus? Ja, und ich glaube, ich hab eine einfachere Methode als er es macht. Okay. Du musst jetzt übel hart auf den Boden schauen. Ja. Ich gucke es jetzt mal aus, ob ich es direkt kann. So. Komm mal, wenn du so stehst. Ja. Ja, und jetzt schau mal nach unten und halt die Treppe selected. Aha. Jetzt siehst du ja, jetzt gehst du so weit vor, bis du hinter der Treppe stehst, aber sie trotzdem noch blazen kannst. Ja. Genau, und jetzt drückst du links, liegt und jumpst. Und dadurch kriegst du diesen Speed Boost. Oh mein Gott. Ja, krank, ne? Man merkt, ja. LOL. Alter, ist das krass, Alter. Wirklich. Ah, LOL, das gibt dir den Boost. Ja, das ist ja mega krass. Hä, ist ja sauerhaft. Vor allen Dingen kannst du ja auch von hinten gar nicht abgeschossen werden. Ja, das ist halt auch krass. Das ist ja das Krasseste eigentlich daran. Digga, du baust dir erstmal, baut man sich eine Protection und dann geht man noch hin, Leute. Und baut sich ja quasi komplett nochmal, also man ist ja auch viel schneller vorne. Ist ja ultra, ist ja ultra broken, Alter. Ich dachte, das wäre auch noch eine Deckung. Ja, richtig, du bist ja von hinten, du bist ja von hinten, hast du ja komplett den Schutz eigentlich, ne? Ja, das ist voll krass, Digga. Okay, das ist echt richtig krass. Das ist krass, jetzt hab ich's gerafft. Also Leute, ganz kurz, zur Erklärung für euch. Der Kerl im Video hat's ein bisschen anders gemacht. Wir machen das jetzt einfach mal so. Man steht quasi genau in der Treppe und dann boostet man sich quasi genau dadurch, dass man halt... Warte, ich hab's falsch gemacht. Dass die Treppe einen quasi, also die Treppe, die man letztendlich baut, einen nach oben drückt, ne? So ein Stück weit. Ja, genau. Es ist super, super weird. Warte mal. Ich glaube, es ist einfacher, wenn du das mal zeigst. Also ich fang an mit einem normalen. Zack. Da, ihr seht's jedes Mal. Er wird jedes Mal quasi durch die Treppe so ein kleines bisschen... Da habt ihr's gerade gesehen. Alter Schwede. Boah, das ist echt krass. Okay, okay, okay. Es ist natürlich schwierig, das so zu timen, dass es jedes Mal klappt. Aber man hat damit auf jeden Fall schon echt einiges an Speed, was man damit aufbaut. Und ich glaube auch, wenn ich mich nicht irre, dass sich der Speed so ein bisschen addiert. Weißt du, was ich meine? Dass man halt immer schneller wird mit der Zeit, ne? Einmal wurde ich... Ja, am Ende gerade, ne? Genau, gerade am Ende. Ich glaube, je besser man das timet, umso weiter kommt man. Aber es ist krass. Weil das hat Epic ja erst im letzten Update rausgebracht. Was denn? Dass die Treppen dich jetzt... Also, dass die Treppen meistens über dir spawnen. Du kannst auch manche Sachen nicht mehr bauen. Das war irgendein Update in den neuen Patch Notes. Deshalb geht das. Ging davon nicht. Ja, stimmt, 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 stimmt. Das macht man jetzt nicht mehr. Weil jetzt ist ja solid, ne? Ja, genau, genau. Okay, okay, okay. Also, ich versuch's nochmal, Schmocki. Schau mal, mach ich das so richtig? Man steht quasi halt so. Du fängst erst mal im ersten an, genau. Genau. Und dann baue ich quasi und springst fast in der gleichen Sekunde. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Alter Schwede. Okay, Leute. Ich glaube, man sieht das nicht ganz so krass, wenn man selber die Treppen baut. Aber wenn man das von außen betrachtet... Ich meine, ich kann's euch nochmal zeigen, ganz kurz, wenn Schmocki das macht. Schmocki, geh nochmal hin. Und gönn dir, Digga. Ich meine, klar, man braucht deutlich mehr Materialien. Aber wenn man jetzt überlegt, na? Mein Mate ist vorne genockt. Ich muss da hinsprinten und muss quasi schnell zu ihm kommen. Und hab keine Möglichkeit, mich jetzt da irgendwie schnell mit Bounce-Pads oder sonst was rüberzubauen. Ihr seht's hier gerade, Leute, ja? Wenn Schmocki das macht... Er springt immer noch richtig krass nach vorne. Das ist wie ein kleines Bounce-Pad einfach, Alter. Boah, gerade schon wieder, Alter. Ja, ja. Boah, schön. Boah, Digga. Ja, Mann. Ja, warte, verkackt. Aber trotzdem, wenn ihr jetzt mal überlegt, wie schnell hab ich jetzt das hier zurückgelegt, Leute? Anstattdessen, wenn ich laufen würde. Das macht schon echt einen Unterschied, wirklich. Ich würde sagen, Schmocki, ich möchte mal die Zeit, wenn du das machst. Du musst natürlich jetzt mal gucken, dass du ein flawless Walk hinbekommst. Und dann ist eigentlich schon so weit es hilft, dass wir das Ganze schön ausführen können. Und dann lauf ich einfach gerade. Wir machen's erstmal so. Genau, 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 genau. Okay, warte ganz kurz. Ich mach ganz kurz meinen Timer fertig am Handy. Moment, ich mach auch zusätzlich hier oben nochmal einen Timer rein. Aber dann kann ich dir am Handy nämlich direkt sagen, wie das quasi aussieht. Moment. Moment, Stoppuhr, Digga. So, Moment. Stoppuhr. Okay, drei, zwei. Und schrei einfach, wenn du durch bist, ja? Schrei einfach, wenn du hinten durch bist. Drei, zwei, eins, go. Okay, Leute. Ihr seht hier oben den Timer eingeblendet. Wir sind gerade bei sechs Sekunden, sieben Sekunden. Und stopp. Zehn Sekunden, 85 in der normalen Zeit, ja? Wenn er jetzt quasi normal gelaufen ist. So, und jetzt gucken wir mal, inwiefern sich diese Zeit verringert, wenn man einen richtig krassen Go hat. Ich glaube, es dauert halt ein bisschen, bis man diese Mechanik komplett drauf hat. Aber wenn sie dann einmal sitzt, Leute, dann kann man damit auf jeden Fall echt eine Menge, Menge machen. Drei, zwei, eins und go. Okay, das hat schon mal krass geboostet, Digga. Alter. Okay, okay, okay. Man sieht jetzt schon einen krassen Unterschied. Scheiße, scheiße, scheiße. Fuck. Okay, okay, am Ende hast du ein bisschen verkackt. Du hast trotzdem eine Sekunde, du hast trotzdem gerade eine Sekunde Zeit gespart. Ich glaube, wenn du dich am Ende jetzt nicht verbaut hättest, Digga, dann wirst du bei zwei oder drei Sekunden plus rausgekommen. Ich meine, das wirkt jetzt im Endeffekt nicht viel, Leute. Aber rechnet das mal bitte auf eine Minute runter, ja? Rechnet mal drei Sekunden Ersparnis pro zehn Sekunden auf eine Minute runter. Was dabei rumkommt, wenn euer Mate jetzt irgendwo da unten im Buchsehude genockt ist und ihr schnell zu ihm kommen müsst. Kein Gegner erwartet, dass ihr so schnell da seid. Und vor allen Dingen nochmal, ihr könnt von hinten nicht beschossen werden, weil halt hinter euch die Treppe ist. Das ist so mad krank, Alter. Das ist so heftig. Ja? Stell dir vor, Digga. Ja? Die neue Zone, die wird ja schneller als der Mensch. Ja, richtig, richtig. Oh mein Gott, dann kannst du vielleicht damit aus der neuen Zone fliehen. Alter, was für Möglichkeiten. Drei, zwei, eins, go. Sehr schön. Ja. Ja. Ja, Digga. Ja, Digga. Oh mein Gott. Alter, acht Sekunden. Acht Sekunden, 36. Wenn du jetzt noch eine gebaut hättest, du hättest safe nochmal was gespart, Junge. Ich muss nochmal, ich muss nochmal, ich muss nochmal. Okay, krass. Also, ihr seht gerade, der beste Abstand dazwischen sind genau zwei. Ja, das heißt, ihr seht gerade genau, zwischen den zwei Treppen muss quasi gebaut werden. Ihr boostet euch quasi damit immer hoch. Zwei Sekunden Ersparnis schon mal. Ich probiere mal, ob es direkt nach der ersten geht. Nee, das geht nicht. Man muss nichts vermachen. Man muss zweier Abstand haben. Das hatte ich ja eben auch falsch gemacht. Man muss halt genau warten, bis man wieder richtig am Boden ist. Und dann quasi den Schwung aus dem ersten Sprung mitnehmen. Das ist super, super tricky. Aber das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich meine, selbst ich kriege das hin, Leute. Also von daher. Okay. Acht Sekunden, 36. Das ist der Rekord. Drei, zwei, eins, go. Okay, sehr schön, Digga. Ja, Mann. Alter, was für ein Speed, Junge. Das ist so krank. Das ist so krank. Das ist so krank. Und durch, Digga. Ah, schade. Die erste Treppe wäre es. Es waren acht Sekunden, neunzig. Acht, neun. Aber trotzdem, Leute. Also ich meine, wir haben jetzt hier zwei Sekunden an Spanis. Zwei bis drei Sekunden sind das Potenzial auf so einer kleinen Strecke gegenüber dem normalen Laufen. Das mag jetzt, wie gesagt, erstmal nicht viel erscheinen. Aber wenn ihr das auf lange Strecken runterbrecht, ihr seid einfach wirklich viel, viel schneller bei euren Mates. Und nochmal, Leute. Es ist deutlich einfacher, als das hier zu machen. Stellt euch vor, ihr rennt von einem Gegner weg. Schmocki, beschießt euch mal ganz was von hinten. Stellt euch mal ganz was hier hin. Beschießt euch mal ganz was von hinten. Stellt euch mal vor, ihr müsst jetzt folgendes machen. Ihr müsst immer wieder so machen. So dieses, das hier. Wisst ihr, was ich meine, Leute? Dieses, ähm, hinter euch, habt hinter euch einen Gegner. Da müsst ihr euch jedes Mal rumdrehen. Das kostet euch wieder wertvolle Zeit. In der Zeit euer Mates vielleicht schon längst gefinigt werden könnte und so weiter und so fort. Deshalb sind die Treppen eigentlich genau das Richtige für diese Taktik. Weil man damit nicht nur schnell entkommen kann. Nein, man hat natürlich auch die Protection von hinten. Und man kann damit eventuell sogar in einer neuen Zone entkommen. Das werden wir jetzt aber alles mal ausprobieren, würde ich sagen, Schmocki. Ich würde sagen, wir haben soweit gut geübt. Und jetzt geht es ab in die Spielwiese, äh, raus aus der Spielwiese, meine Freunde, ins reine Vergnügen. Und wir versuchen direkt mal, ob das dann auch so funktioniert. Bis gleich. Ich glaube, hinten beim Dänehaus war noch welche. Okay, lass hin. Also hier hinten links war auch noch einer. Ganz hinten links. Richtung 30. Aber? Direkt mal ausprobieren, ne? Ja. Okay. Es boostet schon ein kleines bisschen. Also man sieht es halt selber nicht so krass, finde ich, wenn man es halt macht. Man kriegt es halt selber nicht so krass mit. Aber ich glaube, von außen sieht es halt krass aus, wenn du auf einmal so ein bisschen fliegst. Ja, das und zweitens, es gibt halt auch ein Timing, das ich auch noch nicht perfekt hinbekomme, was einfach dir noch einen krankeren boostet. Wo du halt direkt danach quasi, ne? Direkt danach wieder, ja, ja, weiß ich, weiß ich, weiß ich. Wo du quasi die Energie direkt mitnimmst. Ja, das ist schon krass, das ist schon krass. Okay. Das ist schon geil. Willst du aggressiv pushen? Ja, ich chill. Oh, er baut, er baut bei mir. Schieß ihn mal runter. Ist runter? Sehr schön, sehr schön. Viel Fallschaden bekommen. Warte, lass mich nicht pushen einfach. Oh, da kommt noch ein Team. Alle kommen jetzt zu uns. Ja, die Sniper haben auf uns. Fuck. Schön, Digga. Ach, du Spieler, Alter. Nein, so sorry, Alter. Es ist immer das gleiche, es ist immer das gleiche. Ja, aber mit mir ist es wirklich krass. Keine Ahnung. Harter Stil, es tut mir leid, aber ich wollte dir nur helfen. Oh, lol. Dead Headshot. Der ist Ulo. Digga, der ist Ulo da hinten. Der hat noch full. Hab einen knocked. Sehr schön, Digga. Ich rush den anderen. Ich rush den anderen, der hat Ulo. Warte, ich komm mit dir. Oh, Fallschaden nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Wir machen eine Rush-Treppe. Okay, wir können es jetzt gar nicht so richtig ausprobieren, weil wir jetzt gar nicht die richtige Fläche haben. Der kann bauen. Wo ist der? Ach, schon wieder, Digga. Sie rushen uns, verdammt. Einer hat zwei Hits bekommen, ich bin low, Alter. Dann hat dein Mate übersehen, ich trottel. Er wird mich finishen, der Bastard. Oh mein Gott, ich kann dir nicht helfen. Ey, Mann, Alter. Nein. Nein, Digga. Nein. Ich hab geboot. Ich hab geboot. Ich check's nicht. Ey, Junge. Ey, was war denn das gerade für ein Schock von uns? Oh mein Gott. Okay, Leute. Ich glaube, wir müssen aber gar nicht großartig darüber reden, dass es auf jeden Fall echt super gut möglich ist, das Ganze im normalen Competitive-Modus auch zu benutzen. Ich hab jetzt auch keinen Bock mehr, vor allem noch keine Zeit mehr, damit das Video heute noch online kommt, das weiterhin zu beschreiben. Ich glaube, das reicht uns soweit. Schaut auf jeden Fall beim lieben Schmocki vorbei. Das war's von diesem wunderschönen Video. Ich bin damit raus. Macht's gut, haut rein. Und der Original-Post vom Redditor ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Macht's gut, auf Wiedersehen. Tschau, tschau. Tschau, tschau.